So, Moment. Perfect place for treasure? Ja! Ja, klar, als ob das hier noch niemand mitgenommen hätte. Amethyst Manschettenknopf. Alter, in einem echt sehr guten Zustand. Also ich kenn mich da echt nicht aus, ich bin kein Juwelier. Aber der ist bestimmt ein paar tausend Euro wert. Und wenn nicht mehr. Amethyst ist schon, ja doch, ist schon selten, oder? Generell Edelsteine, ne? Saphir, Rubin, Smaragd. Alles, ne? Einfach die Pokémon-Editionen durchgehen da. Hast du eigentlich alles, was du brauchst. So an Edelstein und Material und hast du nicht. Ja, fehlt nur noch, dass es bei Pokémon Holz und Wasser gibt. Pokémon Holz, Pokémon Wasser, beziehungsweise... Als nächstes kommt dann Pokémon Holz und... Ne, ne, Pokémon Kohle und Pokémon Holzkohle. Alter, da ist doch der nächste Schatz golden amethyst-Ring. Der war aber auch golden. Da steht aber nicht, dass er Gold ist. Und hier da ist Gold. Ja, okay, das ist nochmal ein anderes Gold. Der ist nochmal ein bisschen mehr wert. Der ist schön. Das ist ein schöner Hochzeitsring. So, wo... Wo, wo, was denn? Was denn? Ach, Sally! Hallo! Huhu! Ja, ich nehme mal an, dass er das nicht überlebt. Ja. Ah, weil ich ja auch einfach so runterspringen wollte, ne? Ach so! I see, I see, I see. I see, I see, I see, I see, I see. Nee, das überlebt er wieder nicht, ne? Hallo? Oder? Hat doch... Ja, ja, ist ja gut. Nein! Er ist nicht hier. Mist. Nathan! Du hast mir viel Ärger gemacht. Seid ihr sicher? Das hört jetzt auf. Du hattest die nicht, oder? Aber nein. Eine Lüge. Du weißt. Ich bin ein Pirat. Ja, la psche Kuh! Genau, mein Freund. Lach du nur. Geiler Move, Nate. Kapitel 15. Ertrinken oder Schwimmen? Ich bin dann doch fürs Schwimmen. Aua. Sieht aber eher nach Ertrinken aus. So, hier. Tschau. Und... Tschau. Hallo. Guck mal hier. Ich hab... I have got a present for you. Oh, ich nehme mal an, dass ich mich a little bit beeilen muss, ne? Ja, 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 ja. Okay. Nix wieder aus hier. Nein. Oh, da ist schon wieder so ein Spasten so. Nein. Nein, nein. Warte mal. Tschüss. Gute Fahrt. Warum ist der Bildschirm grau? Das ist ein Farbspiel. Mensch. Ja, genau. Ist okay. Ist okay. Ja, ist in Ordnung. Ja. 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 Das war's für heute. Wo geht's denn jetzt lang? Ha, Opfer. Scheiße. Ja los, Nate! Nate! Oh, du Hörner. Nee, keine Ahnung. Ich versteh nicht, was hier deren Intention ist. Ja lol. Ich glaube, ich muss einfach nur überleben, ne? Kann das sein? Ähm. Oh Gott. Auftauchen, Nate! Auftauchen! Das hat einmal das komplette Schiff. Ach du Scheiße. Weh, hier ist noch ein Schatz. Ja los! Mensch. Idiot. Ach du Heiliger. Ciao! Ja, moin. Toll. Nate! Ach so. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Ja, genau. Ja, mhm. Klar. Natürlich. Aua! Ich, ich kann nichts machen. Oh doch, jetzt. Oh nein. I hate something like this. I hate it so much. Wo denn? Ich hasse, ich hasse es. Ich weiß, ich weiß nicht wo lang. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich hasse solche Passagen. Er, er bewegt sich nicht. Er, er bewegt sich nicht. Ja, sorry. Ich, ich weiß nicht wo lang. Ich hasse solche Unterwasser Passagen. Wirklich. Ich hasse sie. Ich kann noch nicht tauchen. Wenn ich Kreis drücke, passiert gar nichts. Ich weiß nicht wo lang. Dieser Raum ist eng. Ich weiß nicht wo lang. Keine Ahnung. Öffnen sie die Lüftung. Ja. Wo denn? Nee. Öffnen sie die Lüftung. Welche Lüftung? Mir wird hier nichts angezeigt. Gar nichts. Mir wird hier nichts angezeigt. Gar, keine Ahnung. Ich hasse solche Passagen. Ich hasse sie wirklich. Öffnen sie die Lüftung. Ja, wo ist denn die? Ach, hier. Was ist denn das für eine Lüftung? Hä? Was ist denn? Klar, kommt doch jeder drauf, ne? Oh, oh, oh. Das ist gut. Sorry für den, für den kleinen Rage. Aber ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Nicht gut. Natürlich. Klar. Hm. Klar. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, Nate. Hallo, Nate. Kamera. Hallo, Kamera. Boah, manche. Oho. Gute Frage. Hi. Was ist das denn? Silberner Rokoko. Sehr... Witten? Sehr, 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 sehr Wittenring? Ja. Spiel. Da. Oh Gott. Okay. Okay. Was soll denn jetzt hier die Kamera fahrt? Ich seh doch nichts. Dass der da nicht einfach hoch springt. Hallo, Nate. Alter. Oh, Nate. Bitte stell dich doch jetzt hier nicht so an. Das sieht echt ein bisschen aus wie in Lairs of your 2. Ja, als ob der noch funktioniert. Ähm. Ähm. Ah! Nicht, nein, 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 halt dich fest. Ja, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Schlimm, da geht's wohl nicht. Beschwöre es nicht. Nee, keine Ahnung. Was, 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 was möchte das Spiel von mir? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aua. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, aber jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wohin? Bitte? Spiel. Schlimm, da geht's wohl nicht. Nein! Oh, geht doch. So, und jetzt? Ich muss mich doch von hier aus irgendwo hinschwingen. Woran ich mich festhalten kann. Da kann er einfach rausschwimmen. Tatsächlich. Aua! Nein, au! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Alter. Wie sieht's munitionstechnisch aus? Ja, das ist gut. Habibi. Haha. Falsche Richtung. Was? Hä? Was hätte ich denn machen sollen? Hallo, Spiel! Wo soll ich denn hin? Also, gerade wird das Spiel echt mit Passagen gefüllt, die absolut unnötig und unfair sind. Ja. Ey, wie schnell du hier sein musst! Hä? Was denn? Ich wollte da lachen! Ach, weißt du was? Nein! Das ist ein Kloch! Oh, 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 oh. Denk nicht mal dran. Oh, 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 oh. Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist, äh, ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Wir müssen los. Wow, 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 wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens zwei Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm sprengen müssen? Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein, 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 nein. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin... Solltest du ein paar Stunden schlafen? Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon. Okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Wird es das echt allein durchgezogen? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich... Ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Ich weiß. Ich bin da. Okay, nimm. Mann. Hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß. Aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Kapitel 16. Nur eine Chance. Vielleicht geht's durch das Gebäude. Gute Idee. Heb mal mit. Hm. Okay, da runter. Hast du's? Mhm. Okay. Okay, und jetzt runter. Ah, sehr gut. Was ist das jetzt hier? Ein Lagerraum. Darf ich mal eben ganz kurz was loswerden? Wenn ich mich in dem Spiel aufrege, ne? Über solche kleinen Passagen, ne? Bitte nicht falsch verstehen, ne? Ey. Ich bin leider... Ey. Ich dachte es nicht, ne? Ich... Ne? Aber... Ich bin dann doch ziemlich schnell reizbar. Was Spiele angeht. Ich... Aber nehmt das bitte nicht zu Herzen. Ich mag das Spiel wirklich sehr. Ich mag es wirklich sehr. Und wenn ich mich aufrege... Scheint geht's auf der anderen Seite raus. Wenn ich mich aufrege, dass die Charaktere hier dazwischen quatschen, wenn ich gerade was sagen will. Nicht falsch verstehen, bitte. Das ist dann so die erste Intention. Mosaik-Vogelanhänger. Der ist schön. Der hat was. Vogelanhänger. Aber wo hängt man den denn dran? Ist das Schmuck? Ist das... Ich weiß es nicht. So. Wo ist jetzt hier... Was ist jetzt hier Sache? Sollten wir einfach nur auf die andere Seite? Ne, wir sollen da hoch. We are going upstairs. Ach du heilige. Wow. Ja. Bist du okay? Ja, ja. Wow. Vielleicht können wir durchs Fenster raus. Wenn wir rankommen. Mhm. Können wir hier diese Box? Diese... Ne, können wir irgendwas verschieben? Geht der noch? Ist der intakt? Wenn wir den Gang rausnehmen, können wir es bewegen. Ich schiebe. Du lenkst. Ah, okay. Cool. Teamwork. Hieß es nicht, sie lenkt? Der rollt doch gleich runter, oder? Hast du mal nach Schlüsseln geguckt? Schieb weiter. Okay, du hältst es und ich steig aufs Dach. Los, los, es rollt weg. Ja, ja. Ich will das nicht mehr halten. Aua. Ah, die Finger. Ja, das hat mir getan. Ja, das glaube ich. Scheiße. Und Elena jetzt da drin? Wird jetzt von dem Wagen überrollt, oder wie? Achso, ich dachte, das wäre eine Tür hier. Scheiße, wir müssen die da rausholen. Hallo, Nate. Würdest du bitte... Nate? Dankeschön. So. Achso, hier. Hallo, Nate. Würdest du... Ja. Ähm. Welche Tür? Ich... Hä? Ich sehe nur Fenster, Gitter und Dächer. Manchmal frage ich mich wirklich, was das Spiel von mir möchte. Ich lasse mich jetzt nicht... Ach, du Scheiße. Ähm. Hä, wo ist denn die andere Waffe hier? Achso. Hä? Ach, Elena. Wir haben Schalldämpfer. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Schalldämpfer. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Halt die Fresse. Hä? Warte mal. Ganz kurz. Das nehme ich an mich. Achso, das ist gar keiner. Hä? Warte mal. Wo kam denn jetzt gerade der Schuss her? Hallo? Schätzchen. Wo bist denn hin? Mensch. Hä? Elena, wo geht's lang? Boah, das ist doch schon wieder ein Riesengebiet hier, oder? Wie sind wir da drunter her? Ja. Sag was, Mädchen. Ich weiß es nicht. Habt die nicht die Pläne? Nee, keine Ahnung. Muss ich übers Dach? Nee, auch nicht. Ich erschüsse. Aber von wo? Ich verbrat doch jetzt hier nicht meine Munition. Oh, warte mal. So, das geht. Und was bringt uns das jetzt? Oh, dann ist das Flieger. Das ist real. Na, nee, mich. Na, 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 na. Aber warte mal. Wir sollten das... Achso, das Tor öffnen. I see. I see. I see. But... How? Nee, keine Ahnung. Ich bin schon wieder blind, ne? Kann das sein? Warte, an den Wänden... An anderen... Hier, an den Wänden kann man klettern, ne? Nee, doch nicht. Hä? Elena. Hilf mir. Was macht die Frau? Hallo? Elena, alles gut mit dir? Ich glaube, die hat einen epileptischen Anfall. Da könnte man doch super drunter herkrabbeln. Ich bitte euch. Ich übersehe schon wieder was, oder? Weißt du, das Spiel gibt einem so früh teilweise Tipps. Und eigentlich auch, bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich gerade einen gebrauchen könnte, unnötige Tipps. Aber hier bin ich jetzt gerade echt ratlos. Ja, wo bist du denn, Schätzekin? Achso, hier waren wir gerade. So, die Mack. Ach, dieses Zeichen steht dafür, dass die Schall gedämpft sind. Verpiss dich.